Norddeutscher Rundfunk 2021 Der Sommer ist für mich sicher wichtig, den Kopf frei zu bekommen, wandern, biken, einfach Sport ohne Druck, ohne einen Wettkampf im Hintergedanken zu haben. Ich bin Fabian Bösch, 19 Jahre alt und professioneller Freeskier. Es war ein komisches Gefühl, wenn du sagst, du hörst auf, Alpine, Skifahren, obwohl es alles gut läuft, du bist gut bei den Rennen, alles ist tip top gewesen, ausser dass mir nicht mehr so Spass gemacht hat. Ich habe wirklich gefunden, so Tricks zu machen, das liegt mir fast mehr, oder das macht mir viel mehr Spass. Aber ich musste sagen, das ist nicht das Richtige. Ich habe mich dann entschieden, als Freeskier zu versuchen. Am Anfang war es sicher schwierig, auch vor allem, dass ich die Namen gewusst von den Tricks, die ich überhaupt gemacht habe. In den ersten Jahren etwas dran tasten und die Schweizer Contests gefahren, auch bis ich ins Schweizer Team kam, das war der grösste Step, den ich machen konnte. Und es ist überraschend schnell gegangen. Nach zwei Jahren bin ich an den Olympiaden mitgefahren. Und es gibt 63 Punkte, und damit ist auch er im Finale nicht gut. Und es gibt 63 Punkte, mit dabei. Es war sicher eine wichtige Erfahrung, so ein riesengroßes Event. Es war der erste, aber dafür war er vielleicht zu gross. Ich war mega nervös, nicht gewusst, was sie einstellen. Es hat nicht gelangt, im Finale mitzufahren. Der erste grosse Wettkampf, den ich gewinnen konnte, war sicher die WM. Einerseits hat es mir schon gezeigt, ich glaube, das war richtig weg für mich. Und es ist sicher ein super Titel, um mal zu gewinnen, den kann ich ja niemand mehr wegnehmen. Und das Highlight der letzten Saison war sicherlich die X-Games Aspen. Ich habe als erstes Mal eine Einladung bekommen und konnte ich gerade gewinnen. Der beste Moment war gerade, als sie kamen und wir einfach mal eine kurze Medaille rumgehängt haben. Dort war eigentlich die Freude am grössten. Das war super tough. Das war verrückt. Das nächste grosse Ziel ist sicher die Olympiade, die Korea. Aber ich denke mir, da ist es nicht genau ein Ziel. Ich hoffe, es kommt gut heraus und ich gebe natürlich das Beste. Ich bin sehr froh, mit diesem Support mein nächstes Ziel nahe zu gehen. Ich hoffe, es geht um die Zukunft